Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Portal Nights und wir gehen jetzt hier mal durch. Und gucken mal, Säulen der was? Planlosigkeit? Keine Ahnung. Irgendwo kommen wir jetzt raus. Säulen von Paro. Aha. 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 Frostmahn, weißer Schleim, gefrorene Knochen. Okay. Und hier gibt es so einen Diamanten. Das ist schon mal ganz gut. So, was habe ich geworfen? Frost. Okay. Dann nehmen wir einmal dich. Und einmal dich. Genau. Geht mal hoch. Geht mal hoch. Guten Morgen. Sein Zauberstab hat er verloren. Irgendwas? Oh. Okay. Aber so viel Erfahrung, die muss ich nehmen. Da mache ich mir den Stab neu. Also so. Sieht ja dann nicht. 46.000 Erfahrungen. Das ist... Nicht wenig, ne? Wo sind denn hier die Himmels... ...Dinger. So. Was brauche ich für Wasser? Sturm, ne? Also Elektro. Mensch. Äh, hier. Ja. Blin. So. ich kann die sowieso nicht mitnehmen oder sind die überhaupt dass man sich der rucksack voll kein pilz so sonn diamanten die hätte ich gern müssen wir den stab ja neu machen ja so ich will nur so einen diamanten und nicht ruhig ein bisschen erfahrung schadet niemanden davon haben wir jetzt schon acht ich weiß auch nicht ob ich davon noch irgendwo in den kisten watt habe und wie viel ich davon brauche nochmal für den stab kann ich ja mal gucken der starb am altar brauche ich gold barren ok und sechs sonnen diamant stamm also 12 10 habe ich wollte ist kein problem denke ich wir sind hier jetzt gerade von den füchern da habe ich wohl ein nest gefunden was hier oben so und kann ich mal die grünen fragmente mitnehmen grad ich muss nicht mal wieder machen gehen jetzt das ist ja schlimm so aber wir wollen ja jetzt eh heute den hier machen mal gucken sowieso 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 was wollte ich lass mal platz schaffen und gucken ob ich noch gold bahn habe habe ich hier noch hole habe ich auf jeden fall ich weiß jetzt nicht mehr was wo ist ah gold bahn gold erz kann ich dann schon mal reinschmeißen kohle brauche ich ähm ne guck mal was ich wollte doch die gold bahn mitnehmen warum mache ich das nicht so kohle brauche ich habe ich gesagt hier haben wir nix hiervon vielleicht jawohl so Moment wo tatsächlich hier haben wir nur haustiere drin verknüchelchen verknüchelchen hier haben wir was hier doch bestimmt auch jawohl oh dann auch gleich den staub aus dem wir uns machen hahaha hier haben wir auch was hier ist noch nichts drin so haben wir davon ne warte mal wo müssen ich doch das da drüben auch mit reinpacken können naja gut jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr platz wieder hier war eins leer ne das nicht das ne hä wollte ich eins leer hier das äh ja machen wir mal totem rein so himmlische steinblöcke machen wir irgendwie mit rein jo die essenzen sind zutaten zutaten waren hier hinten irgendwo ne hier hier noch mehr zutaten dass wir halt ich glaube hier habe ich auch irgendwo extra gehabt so ok weiter geht's zum altar h machen wir uns mal drei das dauert sogar ein bisschen wie uncool mit an 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 Hm, drei haben wir. Wir wollten jetzt den Stab uns zurückholen. Dankeschön. Und das restliche Gold und den Himmelsstein-Shit bringen wir wieder back. Irgendwie Sonnenstein-Shit meine ich natürlich. Wo hatte ich denn da drin? Nee, das war mehr hier hinten, ne? Hier. Was ist eigentlich da? Haben wir jetzt Rezept? Kann ich verkaufen. Gold schmeiß ich auch mit rein. Was ist das? Achso. Dann Kohle. Kommt zu Ohle. Sehr schön. Hat der Ohle endlich Kohle. Was wollte ich? Verkaufen. Handeln. Verkaufen. So. Sonst noch was? Nö, ne? Den Nahkampfschaden brauche ich nicht. Hatte ich dafür mehr? Nö. Gut. Und tschüss. Weiter geht's. Mal ein bisschen ordnen. Was heißt ordnen? So. Wir müssen ja sowieso wieder die grünen Teilchen sammeln, ne? Damit wir da weiterkommen. Dann. Sehr geil. Okay. Wir müssen also auf jeden Fall gegen das Vieh hier noch ran. Dann müssen wir da hin und dann da. Puh. Und das ist dann der Endboss, ne? Aber wie soll ich gegen das Vieh kämpfen? Was für ein Element hatte das? Meine richtige Waffe ist ja alles schön und gut. Aber was halt auch. Ja. Ja. Ja, der Mond. Ach Gott. Das sind doch die ganzen anderen Viecher. Ich erstreck den mal nieder. Hör mal. Der ist groß. Wäre ich ein bisschen mehr Action machen müssen. Dann müssen wir uns erstmal den hier. So. Was tun wir denn da Schönes? Da tun wir uns natürlich mal. Hormondopal. Doch, der war tot. Also für den Dicken da oben, ne? Der haut uns ja mit einem Schuss um. Sowieso. Also der legen wir uns noch nicht mit an. Ansonsten. Ach, nö. Diesen Maden. Und dann kriegen wir ja Freunde von denen. Und die brauchen wir ja noch. In Massen. Die müssen wir mal sammeln. Die müssen jetzt, wo hier das Portal steht. Da müssen wir halt nur hinkommen, ohne dass der da, ne? Uns ärgern kann. Könnt ihr mal versuchen. Noch viel zu ballern. Wow. Wir... Das juckt ihn gar nicht, ne? Wenn wir den... Naja, gut. Wir gehen erstmal mal anders hin. Vielleicht hier. Dann war's das auch schon wieder für diese Folge von Portal Knights. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.